Dein Muffin-Player soll immer auf dem aktuellsten Stand deiner Musiksammlung sein? Das geht ganz einfach mit der Funktion Ordner überwachen. Füge dort einfach deine Musikordner hinzu und schon überprüft der Muffin-Player beim Start, ob sich neue Schätze in deinen ausgewählten Ordnern befinden. Die Musik wird dann automatisch in den Muffin-Player geladen. Du musst gar nichts mehr machen. Verdammt Fone Albrecht Vielen Dank.